Seht ihr das? Lohnen sich virale Testosteron-Booster? Ich schaue noch kurz rein, was er da braucht. Lohnen sich virale Testoster-Booster wie Tonka Ali? Ich habe sie sechs Monate genommen und alles für euch dokumentiert. Das würde mich auch interessieren. Weil wenn ich Testosteron... Er hat ein Video dazu gemacht. Wollen wir das schauen? Ich schwöre über Gott, mich würde das so interessieren. Testosteron. Ich habe sechs Monate virale Testosteron-Supplements genommen. Das müssen wir schauen. Das müssen wir schauen. Ich habe nicht mal gehört, was passieren kann und so. Hauli ist auch ein Testoster-Booster. Hauli ist ein Swag-Booster. Swag-Booster. Rein in die Testo-Falle. Ich habe das auch mal gehört, dass es immense Vorteile bringen kann, aber natürlich auch immense Nachteile. Weil, wenn du da mit dem Testosteron aufhörst, dann kannst du in ein immenses Loch fallen. Plus, du verlierst halt alle Haare, wenn du viel Testosteron nimmst. Im Grunde. Er kommt auf die Gene. Steigernden Routinen von Andrew Huberman durchgezogen und für sechs Monate sogar seine empfohlenen Supplements genommen. Einfach, um zu schauen, wie viel damit wirklich möglich ist. Jede Phase wurde ausführlich dokumentiert, die Werte mit einem Bluttest belegt und von einem Arzt ausgewertet. Wer also wissen will, wie viel Cold Shower bestimmte Trainingsmethoden oder eben Supplements wie Tonkali am Ende wirklich bringen, wird in diesem Video die Antworten bekommen. Viel Spaß und lass gerne ein Abo da für mehr solcher Selbstexperimente. Okay, dusch dir heiß oder kalt oder unterschiedlich. Heiß eins in den Chat, kalt zwei in den Chat und kommt drauf an drei in den Chat. Ich schwöre, ich dusche immer heiß. Ich kann Leute nicht nachvollziehen, die kalt duschen gehen. Aber es ist so, oh du bist der Warmdusche und so. Fucking natürlich, ich stehe da nackt in der Dusche und da kommt heißes Wasser und es ist richtig geil und so. Ja, es ist nicht gut für die Art, meine fucking Güte und so. Bis die Art rot ist, Alter. So ist es, so ist es. Im Sommer, ich dusche manchmal auch heiß im Sommer, weil, also nicht immer, aber im Sommer ist halt deswegen geil, wenn du heiß duscht. Das ist so, wie wenn du in ein kaltes Becken Wasser gehst, bevor du in ein normales Becken Wasser gehst. Weil dann ist es wärmer. Das heißt, du duschst heiß, dann kommst du raus und es ist kühler. Ähm, aber ja, besser ist dann doch, äh, kalt zu duschen im Sommer. Oder dann lauwarm, lauwarm. Da gibt's so eine blöde Firma, die hab ich jetzt gesehen. Auf Instagram, warte mal, ich zeig euch das hier auf. Die haben, wenn das dein Duschkopf ist, so, da kommt das Wasser raus, bla bla, da stehst du. Dann haben die da so ein Gerät, das klipst du hier dran, so, und das ist quasi so ein, so ein Auffangbecken. Und dann hast, und dann gibst du in dieses Auffangbecken voll viele Eiswürfel rein. Und das war's. Bruder, seid ihr fucking dämlich? Kennt ihr diese Werbung auch? Dann kommt da das Wasser runter, geht durch die Eiswürfel durch und dann auf dich. Und alle Leute so, da fuck, ihr wisst aber schon, dass sie auch einfach kalt duschen können und sowas. Und, äh, und die schreiben so, ja, aber du gibst dir auch Eiswürfel in dein Getränk, oder? Ja, sicher gebe ich Eiswürfel in meinem fucking Getränk, aber das ist zum einen, damit es noch kälter wird. Klar, selbst wenn dir die allerkälteste Stufe von deiner, von deiner Dusche nicht ausreicht und du musst unbedingt noch Eiswürfel dazugeben, dann macht das. Aber ich meine, wie viel wird das wirklich ausmachen? Da läuft ja so viel Wasser durch und das berührt das ja nur für eine halbe Sekunde oder so. Wenn ich, wenn ich Eiswürfel in meinem Holy Shaker habe, zum Beispiel, der jetzt bald rauskommt, am, äh, am Dienstag kommt er raus, tatsächlich, dem, äh, 29. Dezember, äh, Dezember, fucking, was sagen wir überhaupt, Oktober, da macht das einen Unterschied. Aber so, ja, unge. Theron ist mit Abstand das wichtigste Hormon des Mannes. Wird zum Großteil in den Hoden gebildet und in kleinen Mengen auch in der Nebennierenrinde. Sorgt in der Pubertät dafür, dass unsere Geschlechtsorgane sich überhaupt erst entwickeln, wir später auch in den Stimmbruch kommen, uns Haare außerhalb vom Kopf wachsen und sich vor allem auch der maskuline Körper bildet. Darüber hinaus bestimmt es die Entwicklung der Spermien, die Qualität dieser und klar, wie so viele natürlich eine Steigerung herbeiführen wollen, den Muskelaufbau. Durch die anabole Wirkung regt es nämlich nicht nur das Wachstum neuer Muskelfasern an, sondern fördert auch noch die Bildung von Erythrozyten und deren Eisenaufnahmen, wodurch man dann allgemein leistungsfähiger ist, mehr heben, mehr pumpen kann und weniger Regeneration braucht. Gleichzeitig stärkt es den Knochenbau und hat Einfluss auf die Körperformation. Zum Beispiel, dass sich in unserem Oberkörper weniger Fett ablagert. An der Stelle liebe Grüße an den Doc Weigel, der hat ein sehr ausführliches Video dazu gemacht. Checkt's ab, ist unten verlinkt. Auf psychischer Ebene Spannend. Testosteron ist da wahrscheinlich auch so ein Dope, also wird wahrscheinlich auch als Dopingmittel gesehen, oder? Vielleicht Trockeneis reinmachen, dann hätten wir Nebeldusche, das wäre auch eine Idee. Reguliert ist die Libido und stärkt eben auch die Leistungsfähigkeit. Deshalb habe ich mich ursprünglich mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Andrew Huberman, der wohl bekannteste Neurowissenschaftler unserer Zeit und Stanford Professor, ergänzt auch noch das hier. Auf der anderen Seite kann ein Mangel, aber auch ernsthafte Folgen haben, gar krank machen. Ab einem Alter von 30 Jahren bilden wir Männer auch langsam und stetig immer weniger Testosteron. Das heißt, irgendwann muss man wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen, wenn man Okay, warten wir mal. Antriebsschwäche, weniger Muskelkraft, mehr Fettgewebe. Okay, sexuelle Lust nimmt ab, Erektionsstörungen, nice, Hitzewallungen, die Knochendichte nimmt ab. Warum ist es dann eigentlich nicht normal, dass man, ich meine, ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet, aber warum ist es dann nicht irgendwie normal, dass du halt da nebenbei halt Testosteron zu dir nimmst, wenn du älter wirst? Ich meine, das hat ja dann fast nur Vorteile. Oder ist es dann irgendwann mal nicht mehr wirklich gewinnbringend? Ich meine, was ich mir halt denke, ist, vor allem ältere Menschen sind ja eigentlich unlogisch, weil du sollst eigentlich sterben. Also, das ist jetzt hart gesagt so, aber so ab 30 bist du eigentlich nicht mehr, oder ab 40 bist du eigentlich nicht mehr geplant, um halt da zu sein. So, die Natur ist so, okay, irgendwann mal gehst du halt drauf und dann leben Menschen immer länger und dann sind die so, what the fuck? Weil früher war halt die Lebenserwartung, weißt du, im Mittelalter oder sowas, wenn du 40 warst, Bruder, Uropa, weißt du, was ich meine? Und jetzt ist die Lebenserwartung in westlichen Ländern so um die 72, 73 Jahre oder so. Das ist halt viel länger, als du eigentlich da sein solltest. Deswegen ist ja der menschliche Körper auch gar nicht darauf ausgelegt, dann immer noch so gut zu funktionieren. Ist klar, weil du willst dann aber älter. Irgendwann mal packst es dann auch nicht mehr. Aber wenn du dann anfängst, Testosteron zu nehmen, als Mann in dem Fall oder vielleicht auch als Frau, mit vielleicht auch was bringen, keine Ahnung, dann, ähm, wäre das doch gut oder nicht? Irgendwann weniger Testosteron. Das heißt, irgendwann muss man wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen, wenn man auf einem Bestell... So habe ich das nicht gesagt, Körnchen. ... im Gegel bleiben will. Wird er nämlich unterschritten, kommt es erst zu Müdigkeit, Trägheit, Lustlosigkeit. Danach baut man mehr Fettgewebe auf und man kann sogar depressiv werden. Wichtig für das Experiment war es jetzt also erstmal zu erfahren, wie ist mein Status quo? Weshalb ich einen Bluttest gemacht habe, samt Auswertung. Und der sah nicht so rosig aus. Bei dem Patienten, der nach eigenen Angaben keine Medikamente zu sich nimmt, liegt ein regelrechter TSH-Spiegel im Sinne einer euterioten Stoffwechsellage vor. Okay. Testosteron und der FAI sind auffallend niedrig. Wow! Okay, okay, okay. Bei nicht nachweisbarem Östradiol. Die Gonadotropinen liegen wie das Prolaktin und SHBG im Referenzbereich. Ja, das hätte ich auch gesagt. Lediglich das DHEA ist leicht erhöht. Progesteron ist beim Mann normalerweise nicht nachweisbar. Dazu muss man aber sagen, Ernährung Torben Platz ist seine Frau, wer hat's gedacht? und Training ist momentan überhaupt nicht on track. Das heißt, ich gehe vielleicht einmal die Woche hin, sehr, sehr viel Fast Food und vor allem track ich seit über zwei Jahren meinen Schlaf und der ist momentan einfach mal eine Stunde weniger, also im Schnitt nur fünf Stunden dreißig Minuten als normalerweise und da können die Testowerte eigentlich gar nicht besser ausfallen. Weshalb jetzt Schritt eins des Experiments startet und zwar für die nächsten drei Monate werde ich alles tracken. Ich werde versuchen, so gut es geht, mich gesund zu ernähren, zu trainieren. Regelmäßig, ich werde euch das ganz genau zeigen, außerdem von Huberman alle Faktoren dezimieren, soweit es geht, die sozusagen Testosteronproduktion einschränken, gleichzeitig aber auch alle Gewohnheiten implementieren oder vor allem Strick durchziehen, die die Produktion am Ende erhöhen. Dann machen wir einen neuen Test, checken, wie der Wert ist und dann werde ich für sechs Monate die Supplements nehmen. Wie hoch ist eigentlich euer Tobleron-Wert? Wie hoch ist dein Testo? Die haben den Test gemacht und der ist explodiert aus irgendeinem Grund. Also die haben gesagt, Wahnsinn, wie dieser Mann Testosteron versprüht und sowas. Wahrscheinlich auch Rorsch. Wahrscheinlich auch Rorsch. Ich meine, keine Ahnung. Ich schätze mal, ich habe gute Spermien und so. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert. Und ja, wahnsinnig. Ich habe einen schönen Körperbau. Viele Ärzte, die sagen immer wieder, Wahnsinn, die glauben immer, da kommt eine Statue rein aus Griechenland. Sagen sie immer. Oh, 9000. Ich gehe davon aus. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemessen. Jetzt erstmal was so möglich und wofür braucht man am Ende die Pillen? Drei Monate später. Drei Monate sind vergangen, die neuen Ergebnisse abrufbar. Ich bin sehr gespannt, denn mein Plan, um erstmal aus dem Testo-Defizit rauszukommen, sah jetzt wie folgt aus. Punkt 1, fester Trainingsplan, jeden zweiten Tag circa 60 Minuten. Im ersten Monat habe ich konsequent den Ganzkörperplan durchgezogen, einfach mal wieder reinzukommen und Grundmuskulatur zu stärken. Danach Oberkörper-Unterkörper-Split, jeweils beginnend mit Grundübungen. Bezüglich der Intensität habe ich mich einfach an Tüberman gehalten. Aber wo Leute arbeiten, von etwa 70% zu 95% ihrer Maximum, oder manchmal sogar direkt zu ihrer Repetition Maximum. Haltes Krafttraining, aber nicht Krafttraining für Verlust, wo die Komplettung der Repetition unmöglich ist, führt zu den größten Testosterone. Also nicht komplett auspowern, aber eben schon so trainieren, dass man auch messbaren Progress hat, damit Fitness wirklich zur Challenge wird. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wahrscheinlich ist es aus dem Grund, also ich gehe jetzt mal aus, dass es real ist, dass wenn du jedes Mal so viele Repetitions machst, bis du nicht mehr kannst, und dann bist du immer noch bei dem, und es geht einfach nicht mehr, dann ist das auch unterbewusst vielleicht so ein bisschen so eine Art von Versagen so in deinem Kopf. Und wenn du jedes Mal so lange machst, wie du es halt schaffst, dann ist es top so in deinem Kopf. Dann ist es so, bam, den habe ich auch noch geschafft. Aber wenn du es dann nochmal machst, bis du es einfach nicht mehr kannst, dann ist es irgendwie so, okay, ab hier habe ich versagt. Aber andererseits wäre es so, okay, bis hierhin habe ich es geschafft. Ich habe tatsächlich ein recht spannendes Experiment gesehen. Das war bei Galileo. Und da haben sie einen Dude gehabt, und der hat luzid geträumt. Der kann das einfach. Der weiß einfach, wie das geht, und der hat das trainiert, und bla, bla, bla. So, und dann haben sie ihn getrackt, und sie haben ihn während dem luziden Träumen war seine Aufgabe quasi, dass er trainieren geht. Dass er quasi einfach im Gym ist. Und dann hat er ein komplettes Workout gemacht, halt in seinem Kopf. Er hat halt einfach geschlafen, so, aber in seinem Kopf. Und dann haben sie bei ihm gemessen, dass seine, ich weiß nicht, ob es Testosteron war oder nicht, aber auf jeden Fall, dass sein körperlicher Zustand besser wird, weil er dann einfach deinem Kopf glaubt, dass du gerade einen Workout machst, und dann dementsprechende Hormone halt produziert. Kann man auch beim Astralreisen zum Fitness? Ja, kannst du machen, du brauchst aber trotzdem eine Mitgliedschaft. Und das hat bei mir extrem gut funktioniert, weil ich schon immer jemand war, der eben aus Herausforderung und Motivation schöpft. Gerade in der Anfangsphase, wo man von Woche zu Woche auch mal zweieinhalb oder sogar fünf Kilo mehr draufpacken konnte, hat mich das schon sehr getriggert. Deshalb ist mir dann auch leichter viel, auf die Ernährung zu achten, weil ich wusste ja, nur so kann ich das Maximum rausholen. Hier habe ich, wie aber auch schon zuvor, auf das sogenannte intermittierende Fasten gesetzt. Limiting the consumption of calories to eight, you know, four, six or eight or even ten hours of every 24-hour cycle. Okay. And keeping that more or less correlated with the light, when the sun is out, leads to less liver disease, improved metabolic markers, less body fat, etc. Sprich, Frühstück wird einfach weggelassen, morgens nur Wasser, Salz, Elektrolyte und zwei Stunden nach dem Aufstehen ein Doppeldessen. Das war alles Salz, by the way. Erste Mahlzeit, dann gegen 16 Uhr, abwechselnd Eier, Avocado oder... 16 Uhr? What the fuck? Bruder, bis dahin bin ich verhungert. ... oder wenn ich Kohlenhydrate irgendwie brauchte, auch wegen dem Training, Porridge mit Beeren. Abends habe ich es mir leicht gemacht. Entweder Steak, Reis oder auf Prep My Meal zurückgegriffen, die auch Sponsor des Videos sind. Auf der Website kann man zwischen 6 bis 24 Mahlzeiten bestellen und wenn man, wie ich, als sportliches Ziel Muskelaufbau wählt, bekommt man halt vor allem die proteinreichen Gerichte. Das ist cool. Das ist cool. Das sage ich dir ehrlich. Also ich finde sowas, ich finde sowas sehr nice, gerade wenn man sich nicht so, ich sage jetzt mal auskennt oder wenn man nicht so Bock hat auf Kochen und so, dann ist das auf jeden Fall eine nice Sache, auf die man zurückgreifen kann. Ich hätte auch mal so eine Anfrage von Löwen, äh, Löwenboy, wollte ich gerade sagen, Löwen, wer sind die Dinger? Fuck mal live, Löwenfood, irgendwie so. Und das habe ich dann aber abgelehnt, weil ich habe mir gedacht, das sind die Gerichte für mich ein bisschen zu teuer und ich würde es mir selber nicht kaufen. Aber wenn das was ist, da ist gerade eben gestanden, 5,99 Euro pro Meal ungefähr, dann ist das gar keine so schlechte Sache, ne? Könnt ihr euch gerne absneaken bei Prep My Meal. Stay still right, oder? Bei dem Link trfy.eu slash txjfv und den Code Torben. Den Code Torben, dann bekommt ihr 10% abgesneakt. Und das schaut gut aus, ne? Desto mehr Rabatt bekommt man und exklusiv für unsere Community könnt ihr mit dem Code Torben nochmal 10% sparen. Checkt das gerne mal ab. Punkt 3 ist der Schlaf. Ich track ja konsequent alles mit diesem überteuerten Aura-Ring. Dafür kann ich euch so schöne Bildchen hier zeigen, denn Rem- und Tiefschlaf sind wirklich essentiell für Hormonbildung und natürlich auch Regeneration. Ja, ich bleibe die so rüben scheiß drauf. Getting proper sleep can really offset all the reductions in Testosterone and Estrogen and the reductions in Fertility that occur if we don't get enough sleep. Um hier wirklich das Maximum rauszuholen, habe ich einiges von Huberman übernommen, wie zum Beispiel auch mir nachts den Mund zuzukleben, um eben Nasenatmung zu forcieren. Getting your breathing right during the waking hours, meaning primarily unless you're working out really hard or there's some other reason why you're maybe eating or speaking that you need to be breathing through your mouth, you should be a nose breather. There's really good evidence for that now. And in sleep, you also want to be a nose breather because that's going to increase the amount of oxygen that you're bringing into your system and the amount of carbon dioxide that you're offloading. There are other positive effects of it as well, but you're basically reducing apnea. Breath holding in sleep leads to buildup of carbon dioxide and leads to increases in cortisol, which then decrease testosterone and decrease estrogen in negative ways across all sexes. Was außerdem hilft, regelmäßige Schlafzeiten einhalten, direkt nach dem Aufstehen 10 Minuten in Sonnenlicht schauen, um den natürlichen Rhythmus zu aktivieren, 3 Stunden vor dem Zu-Betten nicht mehr essen und ab dann auch wirklich anfangen, das komplette Beleuchtungs-Setup immer weiter runterzufahren. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mindestens ein Nasenloch von mir ist immer verstoppt. Boah, du, glaube ich, beide Nasenlöcher frei. Ich muss mal, ich muss mal zum Arzt gehen und das irgendwie untersuchen lassen, weil ich schwöre bei Gott, meine Nase ist sowas von useless. Erstens, erstens, ich rieche voll schlecht, aber ich glaube, das kannst du nicht mehr wirklich umstellen. Und zweitens, ich habe voll oft so verstopfte Nase, ich kann auch nichts riechen und das ist einfach mega nervig. So, das Nasending wurde, glaube ich, widerlegt. Also nicht, dass es durch die Naseatmen gut ist, sondern dass durch den, dass den Mundzukleben etwas bringt. Naja, theoretisch macht es Sinn, aber ich weiß nicht, wie viel es, wie viel Sinn es macht. Wahrscheinlich hast du einfach eine bessere Luft, eine bessere Luftzufuhr, wenn du exklusiv durch die Nase atmest. Und du filterst natürlich durch die Nase, weil dafür ist die Nase ja da, weil sonst könntest du einfach durch den Mund atmen, aber du filterst halt dadurch alle möglichen Schadstoffe raus. Aber ich meine, wie viel Schadstoffe werden das bringen? Ich weiß, dass der Haaland das macht und wenn der das macht, dann muss ich es auch machen. Ich glaube, ich kann das nicht mehr. Kann ich meinen Mund zukleben mit dem Bad? Ja, wahrscheinlich schon, wenn ich das habe. Ja, oh ja. Erst kein weißes Licht mehr, später sogar rotes für Melatoninproduktion und schlussendlich habe ich immer den Sleep Stack von ihm genommen. Oh, die Neurotik-Modus. Den hat er allerdings auch schon seit über zwei Jahren. Punkt Nummer 4 ist dann Wärme und Kälte nutzen. Heißt morgens direkt in die Dusche Cold Shower. Hier aber nicht irgendwie am Ende mal auf kalt stellen, sondern mit... Boah, ist das eine geile Dusche. Was hat er da, oder? Das ist schon was wie ein Feuerlöscher. Bis der Eppler hat den 4-Liter-Jug hat er da genommen. Es ist so eine schöne Dusche. Warum ist alles, was Torben Platzer irgendwie verwendet, auch sein Gym, ist so voll schön? Wie machen das manche Leute? Ich meine, ja, bei mir schaut es jetzt auch gerade cool aus und sowas, aber halt so irgendwie... Naja. Mindestens 4 Minuten. So the most plausible explanation for why cold exposure, either through, you know, 1-10 minute ice bath or cold shower or the ice underpants thing would increase testosterone or increase estrogen is that you're cooling the neurons that control vasoconstriction and vasodilation and shutting down the entry of blood or at least reducing it and hormones into the gonad. And then when the gonad and the surrounding area heats up again, you're getting a rebound hypervasodilation that delivers excessive levels of, not excessive, but increased levels of GnRH and other hormones and carriers and carrier proteins and so forth that would then stimulate the gonad to release more testosterone. Aber meine Frage ist, kann ich nicht einfach auf das alles scheißen, wenn ich einfach Testosteron-Kapsel nehme? Kann ich nicht einfach die Abkürzung nehmen? Kostet Überwindung, um ehrlich zu sein, jeden Tag aufs Neue. Es gibt da keinen Gewöhnungseffekt, zumindest keinen, den ich bemerkt habe. Was ich dann noch ausprobiert hatte, war seine Sauna-Extremmethode. For maximum growth hormone release, don't do sauna more than once a week, but get into the sauna for 30 minutes as hot as you can safely tolerate, then get out for 5 to 10 minutes, no cold exposure, get back in the sauna for 30 minutes, then they had them do it again, out for 5 minutes, back for 30 minutes. Das ist natürlich das Maximum, was du da machen kannst und sowas, aber holy shit, ist das langweilig. Imagine, imagine, du denkst so, ja okay, oh jetzt ist ein schöner Sonntag, heute kann ich entspannen, aber nein, ich muss aufstehen, ich muss kalt duschen und dann muss ich in die Sauna und dann muss ich wieder raus und dann wieder rein, dann warte ich 5 Minuten draußen, dann ins Sonnenlicht schauen, am besten eine Sauna mit Glasfenster, damit ich gleich in die Sonne schauen kann, so am besten in der Sauna auch kalt duschen und so, das ist alles gut und schön. Diese Tipps sind aber auch nur gut für Arbeitslose. Ja, na eh, also natürlich, wenn du es maximieren möchtest, dann kannst du dem Plan folgen, dann bringt das sicher am allermeisten. Die Frage ist halt auch nur, wenn du so viel deiner Lebenszeit dafür aufwendest, das muss ein Hobby für dich sein, das muss ein Hobby für dich sein, aber wenn du so viel deiner Lebenszeit dafür aufwendest, damit du halt bessere Werte bekommst, sicher vorartelhaft, gar keine Frage, aber dann lebst du vielleicht ein Jahr länger oder so oder zwei Jahre oder ich weiß es nicht, keine Ahnung und am Ende hast du zwei Jahre von deinem Leben dafür verwendet, dass du in der fucking Sauna sitzt, aber Sauna ist schon geil, das stimmt schon, das stimmt schon, ich hätte auch gerne eine Sauna, aber das ist halt nicht unbedingt umsetzbar. Bin euch aber ehrlich, das war gar nichts für mich, ich habe mich super dizzy gefühlt, obwohl ich nicht ange... Natürlich hat Thor am Platz eine fucking Sauna oder ist es im Gym. ...her zu lange ausgehalten habe, habe gar nicht gut gepennt, also Sauna ja, aber nicht in der Form. Alles in allem muss ich sagen, dass ich mich im Vergleich zu vor drei Monaten aber sehr viel besser fühle. Leichte Körperspannung durch den Sport, gute Verdauung, ich wache erholt morgens auf, fühle mich vor der Kamera um einiges wohler und habe durchweg ein gutes Energielabell. Und genau das zeigen auch die Werte vom Test. Bei dem Patienten, der nach eigenen Angaben keine Medikamente zu sich nimmt, liegt der TSH im guten Bereich. Androgene, SHBG und FAI sind unauffällig. Keine Hyperandrogenämie. LH ist mäßig erhöht bei unauffälligem FSH, Östradiol und Progesteron. Aber wenn Testosteron gerade noch so im grünen Bereich ist, obwohl er das halt jetzt durchgezogen hat mit kalten Cold Shower und Perfektessen und dies und das und jenes, dann ist es entweder in fast jeder Person unterdurchschnittlich oder unter dem Wert, den es haben sollte oder es ist einfach genetisch. Genetisch kann ja auch sein. Manche Leute werden geboren und die sind einfach, Bruder, Panzer. Die sind einfach Panzer. Die sind voll mit Testosteron und die haben mit 17 dann eine Vollbart und sowas. Na, ja, naja. Der LH-FSH-Quotient ist wie Prolaktin ebenfalls im Normbereich. Geil. Glaubst du Cold Shower wurde auch widerlegt? Also das glaube ich gar nicht. Ich habe auch mal das probiert mit der Cold Shower. Ich weiß nicht, ob es einen direkten Effekt hat auf Testosteron oder so, aber es macht schon einen Unterschied. Also du spürst, du spürst dich danach, du fühlst, du spürst, du fühlst dich danach sehr anders. Es ist ja so richtig so boom. Weißt du, du bist auch da, du bist auch wach und sowas. Also ich kann mir gut vorstellen, dass halt kalt duschen einen großen Vorteil auf zumindest kurzfristig auf deine Produktivität ausmacht und so. Auf Phase 3, um zu schauen, ob wir noch mehr rausholen können. Denn Stand heute sind wir zwar im unteren guten Bereich, mit definitiv aber Spielraum nach oben. Ich habe vor dem Experiment zusätzlich auch noch ein großes Blutbild machen lassen, einfach um Vitaminmängel dergleichen auszuschließen und auch unter anderem die Werte meiner Leber bestimmt. Das würde ich nämlich sowieso jeden empfehlen, bevor man anfängt, irgendwie mit Supplements nachzuhelfen. Die Tests werden außerdem zweifach durchgeführt und auch immer zur selben Uhrzeit, nämlich morgens im gefasteten Zustand. Das ist wichtig, weil der Testosteronspiegel im Tagesverlauf schwankt. Diese hier kosten dann zwar auch jeweils 200 Euro, dafür hat mich aber auch eine Ärztin im Vorfeld beraten, welche Werte wir für das Experiment bestimmen. Sie selber führt den Test dann durch, also die Blutentnahme und das Labor hat entsprechende Akkreditierung. Die Beurteilungen kommen jeweils von einem Facharzt für Gynäkologie in Schriftform und wir haben die für euch dann einfach vorlesen lassen. Sicher, da hinten steht die Sauna. Hat er sich die einfach just for fun gekauft? War die damals auch schon da? Warte mal ganz kurz. Torben, du hast dir jetzt nicht eine fucking Sauna gekauft für einen kleinen Teil von einem Experiment? Ich habe... Kann mir nicht vorstellen. Hallo, ich habe eine Sauna gekauft. Da sitzt er natürlich anders da. Kann das mal irgendjemand verifizieren? Das kann ich mir nicht vorstellen. In diesem Video habe ich eine... Da sitzt... Na, da ist er irgendwo anders. Da ist er auch irgendwo anders. Da da? Das sieht man da auch nicht. Fuck my life! Der Soulmaker hatte auch eine Sauna. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Um die Testoproduktion also weiter anzukommen... Du bist so smart, Simper. Für das Video einfach als Ausgaben für die Firma. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir. Ich habe mir vorhin noch gedacht, er gibt da 200 Euro für so ein Blutbild aus und bla bla bla. Torben Plasser hätte es einfach so oder so gemacht. Nur er hat sich gedacht, naja, ich mache das einfach für ein Video und dann kann ich es abschreiben. So smart, Alter. Vorbilden gibt es laut Tuberman zwei Supplements, die da helfen können. Es gibt diese Plankompäunde, wie Tonga Ali und eine andere, die sehr interessant ist. Es ist ein nigerianer Schrub genannt Fadojia agrestis und es mimikert den Luteinzungs-Hormon, das ist das Hormon, der aus der Hypothalamus stimuliert die Testen, wenn du die hast, und die Ovarien, wenn du die hast, um mehr Testosteron zu machen. Da es bei der Wertigkeit dieser Produkte große Unterschiede gibt, habe ich jetzt einfach mal die von ihm mit Momentus zusammenentwickelten gekauft. Nicht, weil es bewiesenermaßen die Besten sind, sondern weil ich so sagen kann, ich habe mich zu 100% an ihn gehalten, kann dementsprechend aber diese Steigerung, die er anspricht, auch erwarten. Es handelt sich bei beiden um pflanzliche Supplements. Bei Tonga Ali ist die Rechtslage ein bisschen kompliziert, deshalb war die Order auch im Zoll. Fällt nämlich unter die Novel Food Verordnung, heißt man darf es importieren, aber nicht als Nahrung. Und weil hier drauf steht, Verzehrempfehlung, zwei am Tag, beißt sich das halt ein bisschen damit. Aber gut, für die Wissenschaft werde ich es wagen und die nächsten Monate genauso weitermachen, nur, dass ich die noch zusätzlich nehme. Okay, okay. Neun Monate vergangen, final... Mach auch, rennst du auch in ein Video, maybe gute Idee. Alle Ergebnisse online. Ich habe meine miserable Ausgangslage, die so aussah, durch verschiedene Routinen, regelmäßigen Training, einigermaßen cleaner Ernährung in den Normbereich gebracht. Jetzt wird sich zeigen, was die beiden Supplements zusätzlich noch bringen. Es handelt sich dabei ja um pflanzliche Präparate. Tonga Ali, welches aus... Ja Freunde, ich teste einen Tag lang einen Ferrari. Ja, naja, dann muss ich den wohl kaufen. Südostasien kommt, so wie Fadoge Agrestes aus dem tropischen Afrika. Gerade in der ersten Woche war mir aber immer ein bisschen übel, wenn die Pillen dann im Magen aufgegangen sind, sodass ich für einige Stunden auch so eine innere Unruhe empfand, was gar nicht schön war. Hat sich dann aber eingependelt, sodass ich sagen muss, allgemein war mein Wohlbefinden und Mut im positiven Bereich. Ich hatte einen durchweg angenehmen Drive, kognitive Fähigkeiten, ganz anderes Level als noch vor neun Monaten. Heißt, ich bin viel fokussierter, klarer bei der Arbeit und so weiter. Was auch daran liegt, dass ich einfach Spaß an den neuen Routinen gefunden habe. Auf Ernährung achten fährt mir viel leichter, wenn ich weiß, ich gehe jeden zweiten Tag ins Gym, ich will maximale Leistung abrufen und mich mit Christen irgendwie an der Beinpresse messen. Auch meine Schlafscores sind deutlich besser. Heißt, morgens wacht man auf und ist ein Tick fitter. Brauchte am Anfang ein bisschen, gerade die ersten zwei Wochen nach so einem harten Training, habe ich super wenig Tiefschlaf gehabt. Man! Sogar mal eine Nacht Fieber. Was daran liegt, wie ich glaube, dass, so blöd es jetzt klingt, mein Körper diese ganze Anstrengung nicht gewohnt war. Über die neun Monate habe ich im Gym gute Fortschritte gemacht. Konsequent haben wir wirklich alle 14 Tage mindestens zweieinhalb Kilo erhöhen können. Ich habe zwar insgesamt nur vier Kilo abgenommen, das war aber auch nicht mein Anspruch, da es die Ergebnisse einfach zu sehr beeinflusst hätte und ich einfach während des Trainings jetzt auch, gerade wo ich anfange, nicht so ein hartes Kaloriendefizit fahren wollte. Mit dem Spiegelbild bin ich absolut zufrieden, optisch mehr Muskeln, weniger Fett. Und subjektiv habe ich mich mit dem Supplements auch stärker gefühlt. Ich wollte nämlich sagen, wahrscheinlich wird es auch viel Placebo sein. Erst wenn du dann wirklich so nachweisen kannst, okay, das macht einen Unterschied, dann ist es so, okay, das macht Sinn. Von fünf bis zehn Prozent. Und das ist genau das, was auch der Test zeigt. Heißt unterm Strich, ich bin in einem wirklich guten Bereich und produziere selbst mehr Testosteron. Aber das muss natürlich jetzt nicht an Subliments sein. Vor sechs Monaten, das war ja hier der Anfang, da sind wir ja hier im Wash-Bereich. So, da sind wir im Wash-Bereich, dann die Kamera einschalten, dann vor sechs Monaten Testosteron knapp nach dem ersten Grünen und da ist er knapp nach dem ersten Grünen plus ein bisschen was. Okay, also das macht, okay, also solche Kapseln machen wirklich nur so einen Unterschied. Das ist dann schon crazy. Weil ich dachte die ganze Zeit, okay, wenn du solche Kapseln nimmst, dann macht das halt nochmal so einen Sprung. So, weißt du gleichst das quasi aus, was du normalerweise machen würdest. Aber da kannst du auch einfach nur sehen, nichts ersetzt einfach gesunde Ernährung und Sport. Also genau das, was ich nicht mache. Jetzt muss er Babys machen, um die Auswirkungen auf Sperma zu testen. Das ist true. Dann kannst du die Kinder auch für den Steuern absetzen. Wir sprechen hier über eine Steigerung, die in sechs Monaten auch allein durch Training, Ernährung, ausreichend Regeneration, den ganzen Routinen und so weiter zustande kommen kann. Verdoppelt oder verdreifacht 600 Prozent und so weiter haben die Kräuter gar nichts. Und auch die Wissenschaft zeigt bei beiden eine gemischte Studienlage. Fadogia wurde bisher an Menschen gar nicht ausreichend getestet, sondern nur bei männlichen Ratten. Die haben zwar eine sechsfache Testo-Steigerung gehabt, dafür wurde aber auch ihre Leber, die Nieren und Hoden angegriffen. Und bei Tonka Dali gibt es eine Studie aus 2012, dass es Männer mit niedrigen Testo-Spiegel helfen kann, diesen wieder zu erhöhen und auch die Spermien-Qualität zu verbessern. Was sich genauso auch in meinem Ergebnis widerspiegelt. Also Torben wurde auch an den Hoden angegriffen? Es kann also unterstützen, wenn die eigene Produktion von Testo eingeschränkt ist. Zum Beispiel, indem es das Cortisol-Level verringert, aber es wird nicht annähernd irgendwie an Anabolika rankommen. Steroide nämlich fördern Wachstumsprozesse im ganzen Körper, Stichwort Proteinsynthese, sodass einfach viel mehr Bauchsteine für den Muskelaufbau zur Verfügung stehen. Das können die Kräuter nicht. Wenn euch das Thema aber trotzdem interessiert, schreibt gerne mal TRT in die Kommentare, weil ich lieb, Eugl, schon mit so einem Folge-Experiment, wo man mal voll auf Muskelaufbau geht und schaut, was kann man denn erreichen, wenn man ein bisschen nachhilft. Ansonsten hoffe ich, wie immer, das Video hat gefallen. Das ist so cool. Weißt du, was ich halt immer bei Torben so appreciatee? Ach scheiße, jetzt hab ich mich da größer gemacht. Dass er solche Videos macht und er hat das einfach vor, ich weiß nicht, der hat das einfach vor drei Monaten oder vor, vor, na, vor sechs Monaten hat er das einfach angefangen. Da war, da war gerade eben das Jahr, hat gerade eben angefangen und so oder wir waren im März, gutes Video. Und der hat damit schon angefangen und sowas und dann irgendwann kommt das einfach raus. So spannend. Finde ich, finde ich so cool. Also ohne Spaß jetzt mal, ganz in Jokes aside, sehr interessant, weil du immer was lernst und es ist einer der aufwendigsten YouTube-Kanäle, so was, was den, was den langfristigen, ähm, Verbrauch in solche Videos, ähm, betrifft. Und das finde ich sehr cool. Ich mache die Dedication und, äh, schade Torben Platzer. Ich werde auf jeden Fall jetzt die Testosteron-Kugeln auch alle schlucken.